jo leute was geht willkommen zurück zu dark soul 2 ich weiß gar nicht wo ich stehen blieben bin letztes mal ich gucke mal wo ich hinreisen kann war ich hier nicht streitzelle ich hoffe ein lobo kann mir helfen wo ich weiter muss weil ich habe keine ahnung da war dead end da war das ich gehe einfach mal in streitzelle aber keine ahnung wo ich hier weiter muss ich hab zwar den ersten hauptboss glaube ich besiegt ach ich weiß wo ich muss den ich muss den brunnen runter ich muss den brunnen runter so war das da bin ich doch zweimal gestorben ich muss den brunnen runter ich erinnere mich naja das ist so dumm ich habe den katzenring und krieg so viel schaden trotzdem und ich hätte es echt gerne mal eine esslos scherbe frage ist ich will weiter runter oder ich will safe weiter runter oder ich nehme mal ein steinchen just in case ich kotze wirklich ich kotze ich kotze so sehr im strahle dieser pisse ich kotze so sehr bei der katze gibt es einen ring dafür den trage ich schon an den ring habe ich schon an das ist ja das dumme ein Müssen Tustler auch nicht runter Billy sagt ich soll den Ich soll hier runter Rüstung ausziehen Das zieht viel ab Wegen der Rüstung Oh ja das fühlt Oh nein ich bin auf der falschen Seite Das fühlt sich schon mal besser an Das ist ja Blieb 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 Gott Also egal ob Rüstung oder nichts, zieht trotzdem übel viel ab. Will ich hier rein oder noch weiter runter, du willst da zum Loch, hier will ich hin, ok, oh der ist cool. War ich das? Wer lacht hier? Jetzt kommen die Gegner dort, die nützliches Pyramidie des Spiels. Lachst du hier so dumm? 60. Ja. Äh, Rappen. Weg mit euch. Hinfort mit euch. Einen Rattenschwanz bekommen. Geil. Ich glaube es hätte... Wie komme ich denn da rein? Ich glaube ich setze mich mal kurz aus Feuer. Ja ne, ich habe gar keine Estos mehr. Ja. 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 Süß. Ja. 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 Also der Plus Eins Lebensring ist gut Ey irgendwie kommt mir das hier bekannt vor Ich glaube hier war ich schon mal Oh Hier ist schon wieder ein Läufer Also Hä was ist denn hier Boss Boss Gegner Boss Gegner Ne nur viele Krabben Viel Rädchen Was ist denn hier ein Läufer? Geil auf uns. Ich weiß nicht, wie viele Rappen ich da gerade gekillt habe. Restlichen Pharoos Dinger würde ich nicht anfummeln. Wieso? Alter, wie viele Dings habe ich denn verloren? Versteinern ist übel. Ach, wurde ich versteinert? So. 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 Ah, da steht so ein Stein. Ich habe aufgepasst. Rattenvorhut, da ist doch jetzt auch irgendwo eine richtige, eine Königrat oder so, oder? Aber muss doch auch noch eine Königrat geben. Na klar trifft er mich. Tali viel Verstiftung. Versteinerung. Machen die. Vergiftet. Da habe ich doch was. Da habe ich doch extra Zeug gekauft. Ist das? Ich befürchte, nein. Du Scheiße. Ach, jetzt haut er ab. Komm ran hier. Ihr Scheißviecher. Jetzt haut er ab, ne? Ja, 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 ja. Da sagten sie sich Rappen mit Gift. Ja, das ist das Shit. Ja, ich glaube auch. Aber das war das Falsche, ne? Heil Gift. Das war's. Hätte das Falsche ausgenutzt. Aber, ja, das war ein bisschen zu viel des Guten. Aber hier wäre so eine AOE-Magie wieder... Äh... Lass dieses Platz, Mensch. Wir haben keine Zeit für dein Kind. Menschen bringen nichts, aber Schmutz. Ist das ein Ratttale, Mensch? Das ist ein Ratttale, Mensch. Du bist ein Ratttale, Mensch. Und er ist jetzt dein. ... und noch einmal zu sein. Seitdem du immer noch menschlich bist, ... ... ich frage mich, ... du sollst du dein menschliches Sein ... und sich selbst zu mir ... ... du schiefst ... von der süßen, temperierten ... die in unseren Bosnien geliebt? Will ich den Eid des Rattenkönigs leisten? Bringt dir nix. Also nein. PvP-Eid. Nö, auch rein. Kein Kopf auf dich. Scheiß Ratte. Du Ratte, du. Aber auch witzig, dass ich random einfach direkt zum Boss gelaufen bin. Passiert mir sonst nie. Ah, da sind Ratten. Ich wusste es. Hehe, ich wusste es. Ich kenn doch meine Souls-Games. Ich kenn euch doch. War doch klar. Und die können die Pyromantie droppen. Die Ratten. Die Ratten können Pyromantie droppen? Irgendwie kommt mir das alles sehr komisch vor. Flüster in der Verzweiflung und nochmal eine Fackel. Als würde ich nochmal eine Fackel brauchen. Ich benutze nie Fackeln. Guck mal, die sind hier versteinert. Wo kommt ihr mal her? Ah, die beste In-Game. Krass. Ah, hier sind nochmal eine Dingsbums. Ah, guck mal. Hier sind noch mehr so Pharros. Soll ich die einfach lassen, hast du gesagt, ne? Die Pharros hier nicht. Ich hab, glaub ich, sowieso keine Pharros-Steine mehr. Mal abgesehen. Äh, muss ich nochmal runter oder hab ich jetzt alles? Erkundet. Muss ich nochmal da runter irgendwas machen? Hier sind nochmal ein paar Brücken. Da ist da alles. Soll ich den töten? Ah, egal. Ah, da haben wir nochmal so einen Pharros. Na ihr, was ist hier heute los? Hallo Skoppe. Ich hab schon von Touren gehört. Dein Bus ist nicht gekommen. Och nö, nicht noch mehr Jump'n'Run. Ich hab keinen Bock auf Jump'n'Run. Soll ich Mario spielen oder was? Rüstung ausziehen. Das ist doch... Scheiße. Oh Mann, ey. Oh. Ich hol mir schon mal ne Waffe raus. Ich brauch die jetzt direkt. Das ist nur Jump'n'Run. Wie Händler. Blutungsstein. Soll wir da hinspringen? Never. Okay. Jetzt hab ich nicht totes. Da ist ne Kiste. Schafft man den Sprung hier, Nobu? Schafft man den Sprung hier? Oh, muss ich nochmal von oben runter. Ja, schafft man. Was du für ein Glückstier bist. Wieso? Aschen-Knöchelring. Was kannst du? Was? Erhöht Versteinerungsresistenz. Oh, und wie viel? 400, den brauch ich. Oh, das muss ich nehmen. Oh ja. Und schafft man den Sprung auch? Beziehungsweise will ich den Sprung schaffen? 20 Stunden gefarmt, extra Glück-Equip. Die Rüstung hier. 20 Stunden gefarmt, mit extra Glück-Equip. 20 Stunden, wie soll das gehen? Das geht ja gar nicht. Die respawn doch nur 10 Mal. Mit 1 geht's. Ja, der Peli hat auch schon gesagt, dass er die Übelang gefarmt hat. Also, ich hab's eigentlich easy geschafft. Auch nix doppelt. Hatt ich ausnahmsweise mal Glück. Ich darf da auch mal Glück haben. Immer Pech in den Scheiß-Games. Runtergeschickt. Nicht hier im Rattenloch. Ja, Beli hat mich hier hingeschickt. Beli sagt, ich soll aus dem Loch runterspringen. Hab ich gemacht. Alter, das ist... Der Fallschaden ist viel zu hoch in dem Game. Und wie wenig mir der Estus mit der Wallet... Kommt noch einer. Ich bin tot. Ey, ich brauch stärkeren Estus. Das kann doch nicht sein, dass ich schon so weit bin. Level 70 und mein Estus ist immer noch auf Level 1. Was ist das? Ich bin Level 70 und mein Estus ist auf 1. Das ist so lächerlich. Komm ran. Ich parier dich weg. Zu früh. Komm. Komm doch her. Hast du Angst? Ich hab mein Dolch nicht ausgerüstet. Schattendolch. Oh. Ich hab mein Ratten wegen Wärme. Oh. Wenn du was fahren willst, dann die Ratten wegen Wärme. Hast du mal die Sonnigen Valley gefahren? Auch wie wir mal die, als ich nach einer Halben schon eine bekommen hab. Kommt hier nochmal ein Leuchtfeuer eigentlich? Und wieso... Okay. Wieso sieht das hier aus, als würde ich nach Schanstadt gehen? Kommt noch ein Leuchtfeuer. Wärme ist Pyramantie. Ja, ja, ja. Wärme klingt so wie von, äh, Diablo 2, dass mich das heilt. Hier, wo ich runterspringen? Oh Gott. Oh Gott. Wir haben da Steine, älterigen Teil auch. Ja, das Zeichen des Kreuz. Ich bin, älterigen Teil auch. Wer spuckt denn hier auf mich? Wollte ich was gegen Kräfte? Jeder. Das Loch. Das Loch. Gut, wieso sehe ich hier nichts? Das ist ganz schlecht, wenn man nichts sieht. Ich darf ja nicht einen Meter tief fallen. Das ist so viel Schaden. Ich komme darauf nicht klar. Ich springe einen Meter hoch mit Gefühl tot. Ey, hör auf zu spucken, ihr Spacken. Vergiftet. Ich kotze. Da sind Leuchtfeuer. Krieg, 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 kann ich hin? Äh, da, da. Scheiße, ich bin hier runtergegangen. Komme ich hier wieder hoch? Ich muss den Sprung hier schaffen. So ein Ding ist das. Bitte nicht sterben. Ohohohohoho. Also irgendwie habe ich nicht so Bock auf das Loch. Ich bin nicht so ein Fan von dem Loch, muss ich sagen. Ich bin nicht der größte Fan vom Loch. Ich bin nicht der größte Fan vom Loch in der Mitte. Danke. Okay, ich habe keinen Bock auf das Loch. Wo muss ich sonst hin? Es ist zwar dunkel, aber es ist sehr einfach. Okay, wenn es einfacher ist, gehen wir da weiter. Ab ins Loch. Ab ins Loch. Skoppel, dann sei jetzt mein Führer. Führe mich, meine ich. Führe mich, meine Führer. Führe mich, meine Führer. Okay, die Fackel ist ja gar nicht schon OP hier. Kann das sein? Okay. 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 Das war's. Ich dachte, es kommt hier eine Schatzkiste. Schade. Nee, nee, hört auf zu spucken. Verschlossen. Hört auf zu spucken. Geht weg! Das ist kein Zell da. Das hab ich mir auch gedacht. Das hab ich mir auch gedacht. Soll ich die Dinger nicht kaputt machen? Besser. Ich bin irgendwie voll im Arsch. Wo kommt der denn her? Besser nicht. Jetzt gibt's hier auch alles gar keine Seelen. Das ist voll scheiße hier. Ich mag... Hä? Ich mag sie ja nicht so sehr. Duftzweig ist gut. Duftzweig kann man immer gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger hier anzünden muss, aber ich mach's einfach mal. Ach, nö. Schnell, 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 schnell. Finstere... ...was, was, was? Finstere Pyramantie-Klinge oder so? Flamme? Ach, ist das eine Pyramantie? Ey, hier war ich doch eben schon. Verarsche! Ich bin verwirrt. Seelen kommen von ganz alleine. Ich bin ganz alleine. Will ich da rüberspringen? Nee, von da bin ich ja gekommen, oder? Sag doch, links halten. Bin verwirrt. Also wieder da rüber, zurück, ja? Und da hoch. Nee, da ging es ja nicht rein. Dann komm mal weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, nö, vergiftet. Oh, da ist noch einer. Das sind wie Chamäleons, ey. Ich seh die gar nicht. Die müssen richtig gut tarnen. Die liegen ja auf dem Boden wieder rum. Oh, nö, doch nicht. Oh. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Hau den weg. Schönes Ding. Ach, nö. Bin gar nicht vergiftet. Ja. Ey, wo ist meine Flamme? Nee, nee, nee. So nicht. Dieses Mal nicht. Ich guck mich hier gerade um. Alter, hat der viel Schaden gemacht. Ich hau ab. Ich hau ab. Nee, nee, nee. Es ist denn da unten schon wieder so ein Vieh? Ich will nicht hier runter, oder? Ich meine, ich will nicht killen, aber ich muss hier nicht runter, oder? Ah, das passt. Das klappt ja super. Weil es da lebt. Da war ich doch eben schon mal. Ich geh da nicht runter. Scheiß drauf. Ich geh jetzt hier weiter. Ich bin so weit. Kein Bock wieder den ganzen Weg latschen zu müssen. Aber eine Abkürzung wäre cool. Was ist das? Ihhh. Das sieht aus wie eine Zecke. Als ob der mich gleich aussaugt. Wieso mache ich eigentlich das ganze Feuer hier an? Bringt das was? Haha. Das ist noch so ein Vieh. Wä? Licht? Groschelt. Ne. Okay. Oh Gott, will ich da rein? Das ist ein riesen fettes Madending. Bah! Das sehe ich jetzt erst. Hier vorne sind die... Hier, Messer in den Kopf. Da gehe ich auf jeden Fall nicht ran. Hier, noch ein bisschen Gift für dich. Vergiftet. Schön. Schön. Das mache ich mal. Ah, wieder full life. Okay, ich trau mich. Wah! Okay, okay, okay. Ja, ich trau mich! Okay. Mmh! Spuckt euch selber an. Spuckt euch selber an. Ey, wieso sind hier drei Treppen? Welche Treppen? Vier Treppen! Welche Treppe soll ich nehmen? Muss ich alle nehmen? Wo muss ich lang, Scobble? Das ist noch eine Treppe. Ich cut's. Scobble! Egal? Wie egal? Alle führen nach unten. Okay. Wer mal an der Weg ist, nach unten. Ich glaube, ich bin hier auf Nest gestoßen. Untertitelung... Aber ich werde moralen nicht mehr. Das ist schott. Wie können wir das? Vielen Dank. So, und jetzt? Hier ist, äh, ah, guck mal, hier. Das war vielleicht nicht so clever. Kann man den reparieren? Bitte sagt mir, man kann die Sachen reparieren. Kommt noch ein Leuchtfeuer, oder? Beim Schmied, okay. Schwarze Schlucht. Ja, Leuchtfeuer. So, ein Pharaos? Ne, sieht's aus wie ein Pharaos. Gehen wir mal zum Schmied. Mann! Scheißloch. Ich mag das Loch nicht. Das Loch war scheiße. Schmied, 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 ich brauche dich. Hilfe! Neuntausend Seelen kostet das? Mann, ist so teuer. Ah! Seht hier jetzt aus. Hier ist ne Kiste. Kurzbruch. Ja, ging doch voll, nur weil das ein bisschen was kaputt ging. Das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Einfach scheiße war das da. Absolut kacke war das da. Ich kaufe ja eben die Ringe bei der, ähm, Katze, weil... Es gibt ja ne Trophäe für alle Ringe. Das ist geflüstert. Das ist geflüstert. Mund der schwarzen Schlucht. Ich würde sagen, hier geht's in der nächsten Folge weiter. Wir haben gleich schon ne Stunde. Geh ein Like auf dem Video lassen und den Kanal abonnieren für die nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wenn ja jetzt noch等 sittend... Vielen Dank.